So Leute, jetzt geht's weiter. Okay, erstmal hier drauf. Sehr gut. Hier hin. Hier hin. Ja, die Kacke da hinten dampft jetzt. Durch verstärken wir jetzt erstmal noch. So, der Tiger. Und ebenfalls hier runter. Du kommst hier runter. Aha. So, hier irgendwas. Ja, du. Und du hier hin. So, du kannst hier hin. Ich brauch da unten jetzt gleich die Luftwaffe auf jeden Fall. Und ganz schnell, schnelle Panzertruppen. Nicht, dass der mir die Infanterie da rausholt. Eins. Zwei. Drei. Ab hier hin mit dir. Du kreist ihn weiter hier an. Ihr hattet hier weiter die Stellung. Perfekt. Also hier oben läuft's richtig gut. Da mach ich mir jetzt gar keine Sorgen. Ich hab da unten jetzt, das hab ich total vernachlässigt. Zwei, fünf. Ja, komm. Nein, oh, da hat doch gestanden, dass das keinen Schaden gibt. Ja, der muss da drin bleiben. Die Flak, ja, die ist jetzt erstmal gut geschützt. Ich hoffe, dass er es versucht und so doof es da oben hingeht. Ja, ist er auch. Gut, okay, ähm, das passt. Sind noch rechtzeitig da, wie's aussieht. Äh, du mal hier raus. Gut, haben wir uns gerade noch so rechtzeitig dahin geschafft. Perfekt. Du bleibst weiter hier in Position. So, und jetzt will ich... Oh, shit. Okay. Dann machen wir das jetzt hier ein bisschen aggressiver. Die müssen da weg. Artillery. Ich glaube, er ist ein bisschen der nervigste, ja. Sehr gut. So, Stuka. Gut. Äh, ppppppppppppppp. und das sind noch züge wie viel züge kann man ja wenn kann man hier evakuieren krass gut dann ist hier zu das ist wichtig so luftwaffe dann ziehen wir noch ein jäger hier runter ok naja ich habe befürchtet hat es befürchtet ich habe gehofft dass es nicht so ist aber ja es war zu erwarten es war zu erwarten hier ist alles gedeckt der jäger ist natürlich riskant aber es ist bewölkt das sind die jäger auch nicht so aktiv von daher sollte das gehen die flak bleibt hier so wie es ist du deckst den hier mal ab okay dann go da kommt noch eine armada ja und da oben auch okay wir müssen da oben einheiten hier gut gefährlich so der bombe hier kommen noch einheiten ja sehr schön so jetzt hier im süden man kriegt bestimmt irgendwas wenn man alle evakuiert bin ich mir relativ sicher 2 den kann man auf einen schlock bist du runter schicken genial der wie man das ok sehr schön so dann schicken wir hier noch mal ein paar einheiten ich denke hier unten brauche ich jetzt nicht mehr dann schicke ich die händchen jetzt mal da hoch ok ihr haltet hier weiter die stellung und die sorgen dafür dass da nichts passiert kriegt man sind jetzt vielleicht daraus ja wäre möglich dann ist es ja kommt jemand ok ihr habt ihr zugemacht das heißt das sollte hier kein problem ist darstellen auf die müssen wir warten noch mal gucken was die jetzt gleich vor haben also noch einzug und dann kriegen wir bestimmt irgendwas dafür mit sicherheit flog hierhin artillerie mal hier hin und du mal hier hin so go ok ok ist heftig ja machen wir das das ist die pack angreif auf harte ziele lasse ich jetzt mal gucken wie es bei dem panda da aussieht auszeichnungen dann fehlt nur noch der überlebenskämpfer aber es ist halt nur wenn der hat dann richtig runter der gehämmert wird deswegen brauche ich dir nicht unbedingt es ist die frage wo gehen wir hin wir gehen auf ihn schicken den jäger auf ihn hier drauf ach nein moment wir machen das erstmal so gut passt ja das war dann ja die stellung wow wow du hier rein ja wenn man das und du hier hin so dann werden jetzt alle züge voll ihr haltet natürlich war dann hier die stellung moment warum kommst du du hast doch sechs reichweide 12345 das ist sex okay okay ich hab ja echt probleme mit diesen hexaförtern manchmal das zu entziffern ja da schickte die ganze panzer haben wir da hingegen da kennt der nicht nein ok komm doch mal hierhin du kommst hierhin wenn ich den killer müsste ich dann aber mit einem hit und one müsste das ja dann klappen oder auch nicht ok hat also nicht geklappt gut ja hier scheint nichts mehr groß zu sein wir schicken den panda mal hier runter du hältst hier weiterhin die stellung ja und das hier läuft ganz gut an hier macht er nichts mehr ne naja gut ähm hierhin also hier drauf hier drauf sehr schön hier drauf hier drauf hierhin aufklärer da ist echt nichts hierhin und hierhin und du hierhin ok die stücke schicken wir hier drauf ja die sache ist jetzt durch also es sei denn kommt jetzt noch irgendeine böse überraschung aber denke ich jetzt eher hoffentlich mal nicht naja das sieht gut aus ja da kommt noch was ich hab's geahnt ich habe gehofft dass es nicht so soweit doch da kommt noch was ok da unten ist nämlich noch eine ganze panzer armada und die sind gleich hier so dann ich hatte trotzdem hier oben die stellung ist jetzt soweit naja es könnte bös werden wenn es dumm läuft wenn es richtig dumm läuft könnte ich hier probleme kriegen wo hierhin hmm ja ich hab's geahnt ah mist ja das ist natürlich jetzt sehr unschön hierhin hierhin was ist jetzt dein problem und kannst du da jetzt nicht hin ach nee 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 ist nicht wahr jetzt es muss klappen du bist jetzt naja jetzt bist du eine panzerabwehr ja gut ihr macht hierzu und hierhin so und tschüss jawohl wunderbar okay war's toll ja können wir machen ähm moment hier war glaube ich was drin ne oder naja ich weiß nicht mehr ganz genau ich glaube da war was drin oder muss mal gucken ja da war was drin ja so okay ja jetzt wird's da oben nochmal ein heißer tanz ja go nein wo kommt denn der jetzt her mist ja natürlich kommt da jetzt keiner ran hm und ich hab den ich hab den letzten zug ja ne er hat den letzten zug ne da müssen wir das jetzt ja ganz schnell regeln ist da nichts passiert jetzt ist so flackenfetzer kommt nicht mehr ran machen wir das machen wir das hm 1 8 hat leider nicht gereicht ok händchen so wer ist gefährlich also er ist gefährlich so dann gehen wir auf ihn dann gehen wir auf ihn dann gehen wir auf ihn gut der macht hier keinen stress mehr hab ich hier oben nur einen jäger ah ne ich hab doch den jäger unten ja stimmt beziehungsweise hier oben ja dann passt's ok ok gut mehr hat er hier nicht mehr das war es dann eigentlich naja wollen wir doch mal gucken vielleicht kriegen wir dich doch aus ja ich komme rein perfekt sehr schön dann haben wir das gebiet ja auch noch gekriegt sehr sehr schön gut dann ist die taktik ja hier aufgegangen das ist ja richtig gut ja ein zwei schrammen aber gut das gehört dazu gut wir haben alle züge rauskrieg ich bin mal schon ob ich dafür irgendwas kriege weil es hat ja eigentlich gehießen ich brauche nur drei ne ja nur drei da bin ich jetzt mal gespannt ja geschafft wunderbar auch taktische bomber sind jetzt auf fünf sterne herum schafft genial wir haben jetzt auch dann fehlt eigentlich nur noch ich glaube die pack den jäger und die panzerabwehr doch die panzerabwehr die flugabwehr und den jäger aber kriegen wir auch irgendwann hin ok ich würde sagen das war's was das jetzt hier zu bedeuten hat ob es jetzt dafür was gibt dass wenn man wohl ersten nächsten szenario erfahren oder das ist halt einfach dass du bis fünf hat raus holen kannst ja weil es gab auch nur fünf gut gut das war's von der schlacht am baltikum und wir sehen uns dann beim nächsten mal wieder bis dann und ciao bis dann